Karl Busch Wir sind in Südindien Das ist unsere erste Reise nach Indien Nach Indien Meine weiteste Reise Und wir waren sehr positiv überrascht Der Ablauf und die Organisation von IPA war ausgezeichnet Wir waren sehr zufrieden mit den Reiseführern und dem Angebot der Europäer Vor allem mit der Vielfalt des Angebots Und beeindruckend war für uns Das Erlebnis von Nord und Süd Indien unter Vergleich Wie unterschiedlich wird Welche Vielfalt dieses Land untertit Wir können IPA weiterempfehlen und freuen uns sehr Wenn wir wieder einmal nach Indien kommentieren Danke